Naja, die Farbe wieder weg ist auch okay. Alter. Also wenn man drin sitzt, geht's. Dann rollt's auch nicht. Ja, es ist halt hier on the fly, on the go, on the drive. Mhm. On the, on the. So. Jetzt aber. Aber bei, das ist immer noch. Jetzt stören die, willst du mich verarschen, jetzt stören die Blöcke. Ja, toll. Ja, wir kommen halt nicht weiter runter. Doch, da müssen, ich will noch zwei Blöcke abbauen, aber das ist scheiße. Setz dich mal bitte rein. Nee, 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 nicht fahren, nur reinsetzen. Könnte vielleicht doch an den Rädern liegen. Weil die Räder hiefen das Auto ja auch hoch. Die sind halt auch scheiße. Alter, fuck, ich komm nicht an der Seite. Boah, kannst du ein Stück zurückfahren? Komm an diesen einen scheiß Block nicht ran. Ja, reicht schon. Alter, bau den doch ab. Warum baut er den nicht ab? Ich hasse das. Biss in der Hitbox drin, aber trotzdem baut er nicht ab. Weil jetzt mich den Punkt finden, wo ich das abbauen kann, oder was? Ich kann schon ein Block nicht abbauen. Kommst du da nicht hoch? Die Einstellung bestimmt nicht. Ja, da ist immer noch ein Block, der das E blockieren würde. Ja, Tiki, ist ja gut. Ja, vielleicht doch mal probieren, dass wir die Rampen vielleicht links und rechts machen, oder rechts. Wir müssen ja bis komplett auf den Boden kriegen. Ja, das meine ich, dass man das so leicht ist, weil da ist ja der Punkt eher ein bisschen höher. Boah, warum krieg ich diesen Block nicht mehr ab? Was soll denn das für ein Scheiß? Drecks-Hitbox of Doom, ey. Ey, das Cockpit ist auch fast abgebaut. Ja, wahrscheinlich hab ich das die ganze Zeit abgebaut. Anstatt dem Block, den ich anvisiere. Warum sollte man auch den Block abbauen, den man anvisiert ist, ja. Das ist ja ein totaler Quatsch. Wer hat denn eigentlich die Battery? Ist er weg? Ja, klar. Ja, weil da war grad kein Licht mehr. Ich dachte, ach Mensch, das ist ja so schwarz. Das ist bestimmt weg. Ey, dass man den nicht abkriegt, ist doch lächerlich. Ich würde den nächstens Frost dann nicht entfernen dürfen. Ja, das Ding wäre niemals stillgeblieben mit Frost dann. Du hättest es aber ein Stück nach oben bewegen können. Oder wechselnd so drehen können, dass es oben hinkt. Oder versuch mal hinten die letzte Blockreihe abzubauen. Dann hängst du am Container. Das bringt doch alles nichts. Ach, der Container ist hoch genug. Der Container ist genauso hoch wie das Cockpit. Das liegt an den Reifen. Nee, das liegt erstmal an den Blöcken, weil die zu tief hängen. Ja, der ist dahinter die Reihe, die blockiert das bestimmt. Ja, das sind dann schon die Reifen. Ja, dann. She'll run anymore. Krass, die Reifen, die sind auch voll tief. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ja, gut. Richtig? Scheiße. Nee. So. To. Ehem. guck mal ich baue dir hier gerade was baust du gerade was sind ja auch am besten in der erde drin ja das läuft in der erde ist immer gut wenn du so weit kommst oh scheiße da war ein loch ja sehr gut jetzt ist eh vorbei hast du aber auch mit das tiefste loch ausgesucht was hier gerade war ja wenn ich kein licht habe ja wie soll ich denn das sehen bitte weil das ist eh wieder meine schuld weil ich kein licht dran gebaut hat na scheiße was wir da jetzt noch in teilgerüstung wird sie motoren Ach guck mal, was liegt denn hier? Und 14 Motoren, warum nämlich sind so viele, ich war nur 14. Nein, bleib stehen, mach mal kurz die Thruste wieder aus, bitte, oder den ein, Höllenmaschine, Spaß, eine Höllenmaschine. Stahlplatten, wofür? Viroskop. For a gyroscope. Brauche ich bestimmt auch, ne, ach man, warum hab ich nicht immer so viel mit. Keine Ahnung, das wird schon passen. Drei Computer, drei Startplatten. Das Licht aus dem Anzug ist besser, als die anderen Lichter alle. Die sind ja auch anders verteilt. Drei, was war das noch, drei was? Na, du brauchst nur die Motor, äh, Computer. Da kommt der Computer, genau. Weeeeeee. Kann ich mich rein setzen? Kannst du mal machen. Aber sachte, weil es gibt... Ich drück noch überhaupt nichts. Okay, das Ding macht's von alleine, alles klar. Okay, skipp zur Seite. Ich glaub, ein Reifen hängt in der Erde fest. Ich kann aber auch nichts drehen. Sollte das Gyroskop nicht genau das tun. Drehen. Wofür bezahlt man dich, Gyroskop? Ich hab aber auch Angst, weiter Leertaste zu drücken. Mhm. Ja, obwohl, wenn es sich so überschlägt... Naja, wenn es dann wieder auf die Reifen aufkommt. Weil ich weiß ja nicht, ob der eine Reifen tatsächlich im Boden feststeckt oder nicht. Der dreht sich nämlich auch nicht richtig. Befreiungsaktion. Toll, der rutscht einfach hinterher. Ist der auch super. Ey, ohne Scheiß, der hängt da wirklich fest. Ah, irgendwas ist passiert. Okay. Du hast es angestupst und auf einmal ist die Ehe geflogen. Ich hab noch nicht mal wirklich was gemacht, ey. Ja gut, damit hat sich das auch erledigt. Nächstes Auto weg. Ja. Ne, ne, wir bauen jetzt hier den Pflaster anders rum. Amal, ey. Ob wir hier... Das Problem ist die ganzen... Das ist die Reifen. Moment, jetzt können wir da neue Reifen ranbringen. Richtig, stimmt. Hui. Da alles Vorteile. Man muss ja immer das Positive sehen. Ne, geht immer noch nicht. Ernsthaft? Ne, geht immer noch nicht. Ernsthaft? So rum geht's. Wie so rum geht's? Indem ihr geht. Hä? Hä? Genauso wie an dem. Aber auf der anderen Seite nicht. Nein. Hä? Was ist wrong? Wie ist das Game? Nimm mal hier bitte die Steine. Doch, ich warte mal, ich kann. Ja. Ja. Aber weißt du Bescheid? Macht total viel Sinn. Was fehlt uns? Oh Gott. Moment. Keine Ahnung. Viel. Dann sag mal an. Ach so, auch noch. Wahrscheinlich Stahlplatten? Moment. Zwei Stahlrohre, drei Metallgerüste für das eine. Große oder klein? Groß. Metallgerüste? Drei Stück. Okay. Fünf Metallgerüste. Acht Metallgerüste. Elf Metallgerüste insgesamt. Okay. Dann zwei. Ah, ich bin voll. Sieben Herstellungskomponenten. Okay, die konnte ich schon mitnehmen. Ähm. Ja, die zwei großen Stahlrohre. Nochmal zwei große Stahlrohre. Okay. Dann nochmal 15 Herstellungskomponenten und zwei Stahlplannen. Also nochmal 15 zusätzlich. Ja. Ich weiß 22 insgesamt. Okay. Vier große Stahlrohre, elf Metallgerüste und zwei Stahlplannen. Okay. Ah, das krieg ich gleich noch mit. Ja. Ja, setz es nur dran. Ich kann doch schneller bauen. Ja. 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 Wodurch entwickelt sie sich ja in dieser ganzen Metallabfall? Welcher Metallabfall? Die liegt überall im Metallabfall rum. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, wenn irgendwas ab... Äh. Manche Sachen können ja nicht mehr zurückgebaut werden. Ja, ja. Äh. Vielleicht, wenn irgendwas irgendwo abplatzt oder so. Keine Ahnung. Weiß das auch nicht so genau. So, Stahlplatten waren's. Scheiße. Hm? Wahrscheinlich nicht das mitgenommen, was ich brauche. Was soll ich dir sagen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ein Metallgerüst. Äh. 18 Motoren und eine Stahlplatte. Ah, okay. 18 Motoren, okay. So, ist klar. Moment. Jetzt muss ich noch aufstehen. Moment eben. Auch das noch. Boah, ey. Okay, die Fahrzeuge, die machen Spaß. Ja, scheiße. Wie komm ich jetzt in das Cockpit, so. Ja, ich muss mal eben weg. Essen. Jo. Dann mach das mal. So, weiß ich, lass die jetzt hier alleine. Ähm. Ah. Ja. Aha. Warum kann ich das Ding nicht drehen? Ah. Ich bin einfach gegengesprungen. Ich hab's gesehen. Und es hat funktioniert. funktioniert. Und es hat funktioniert. So. Lass die Räderstärke bitte so in Ruhe. Lass mal. Ah, cool. Das geht. Die sind auf 100%. Ja, ich hatte es ja auch hochgestellt und dann bin ich ausgestiegen. Die sind schon auf 100%. Achso. Ja, das ist gut. Ja, weil es mit der Radaufhängung ist. Weil es mit der Radaufhängung ist. Wo kommst du die überhaupt hoch? Was ist da überhaupt drauf noch? Moment, jetzt fährt erstmal nix. Ähm. Kann, ich bin mir nicht sicher, kann es sein, dass die Radaufhängung mit den Rädern, dass das immer zusammengebaut werden muss. Das wäre total dumm, aber man kennt ja das Spiel. Ähm. Ja, aber du hast die einzelnen, die einmal eins Räder auch da dran gebaut. Nee, das war eins. Das war ein Block. Aber die Aufhängungen sind die gleichen. Eigentlich. Sind das die 1x1-Aufhängungen? Ja. Die sind doch gar... Ach, das Spiel ist doch behindert. Die sind doch genauso groß wie die 3x3-Aufhängungen. Na, dann darfst du jetzt wieder in das Loch irgendwie rein buxieren. Ja gut, ich bin auf jeden Fall... Wir können ja einmal eine Pause machen. Ist vielleicht gerade mal besser so beruhigen. Gott. Ach, das ist das Spiel. Ach, das ist das Spiel. Warum gehen die denn da überhaupt ran? Weißt du? Das ist doch totaler Bullshit einfach. Ja. Es sieht so gerade irgendwie gut so weird aus. Schon gewundert, warum es auf einmal so... So gut aussieht eigentlich, wa? Ja. Es passt so. Das ist... Warum? Ich verstehe nicht, dass das nicht geht. Ohne Scheiß. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Naja. Ah. Ja. Ja, die lagst du gerade ein bisschen, aber wir machen dann mal eine Pause. Sehr gut. Und ähm... Adios. Tschüss.